Meine Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen zur Microlecture Schiralität und Naturstoffe. Schiralität ist eine wichtige Eigenschaft, die Naturstoffe aufweist. Deswegen möchte ich in diesem ersten Teil dieses Kurses zunächst auf die Frage eingehen, was ist Schiralität eigentlich? Was sind schirale Objekte und Moleküle? Meine Damen und Herren, anhand von zwei Beispielen aus der makroskopischen Welt möchte ich Ihnen zeigen, was wir unter Schiralität verstehen. Nehmen wir dazu zunächst mal eine Tasse mit Kaffee oder Tee oder in dem Fall viel heißer Luft und etwas genauer. Ich habe jetzt hier einmal in der Mitte eine rote Linie gezogen, ist eine Spiegelebene, Spiegelwand, die hier senkrecht steht und wir führen jetzt mal eine Spiegelung durch. Das hier wäre jetzt Spiegelbild. Wir erkennen, dass diese beiden Kaffeetassen jetzt identisch sind. Wenn die rechte Kaffeetassen nehmen, sind hier beide Kaffeetassen sind genau deckungsgleich. Die unterscheiden sich nicht. Das heißt, durch Spiegelung an einer vertikalen Spiegelebene erzeugen wir kein neues Objekt. Und solche Objekte, bei denen sich Bild- und Spiegelbild nicht unterscheiden, die bezeichnen wir als Aschirale Objekte. Nehmen wir mal einen ganz einfachen Alltagsgegenstand und zwar meine linke Hand. Führen wir jetzt hier mal eine Spiegelung durch. Da halten wir die rechte Hand, wenn man mal von Details wie klein unterscheiden bei Hautfalten ab. Also wir haben jetzt hier unser Original auf der linken Seite. Rechte Hand wäre jetzt das Spiegelbild. Beide Hände sind nicht identisch. Wir können die nicht ineinander überführen. Die sind nicht deckungsgleich. Ne? Linke Hand und rechte Hand sind also Schirale Objekte. Weil hier eine Spiegelung hier eben ein neues Objekt entsteht. Und der Begriff der Schiralität, der stammt tatsächlich aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie Händigkeit. Nun, wir haben jetzt gesehen, einfache Kaffeetassen, die sind Aschirale. Hände oder Füße sind Schirale. Und jetzt gehen wir mal von der makroskopischen Welt, das heißt das, was wir mit bloßem Auge erkennen können, über zu kleinen Molekülen. Nun, um besser zu verstehen, was Schiralität auf einer molekularen Ebene bedeutet, schauen wir uns einmal diese beiden Moleküle an. Auf der linken Seite 3-Hydroxy-1-Propanal und hier rechts 2-3-Dihydroxy-1-Propanal. Wir sehen, die beiden Moleküle haben nicht identische Summenformel. Wir haben hier rechts ein Sauerstoffatom mehr, das hier mit dem zweiten C-Atom in der Mitte verknüpft. Und das heißt, es sind keine Isomere. Nun, ich verrate Ihnen eins, dieses Moleküle links, das verhält sich wie die Kaffeetasse und hier rechts wie eine Hand. Wir sehen jetzt ein Modell für 3-Hydroxy-1-Propanal. Die schwarzen Bausteine hier, die entsprechen Kohlenstoffatomen. Roten Kugeln, das sind Sauerstoffatome und diese weißen Bausteine, das sind die Wasserstoffatome. Ganz links können wir hier eine Carbonylgruppe erkennen. Die finden wir hier im Modell. Folgt eine CH2-Gruppe. Bei der CH2-Gruppe können wir erkennen, ein Wasserstoffatom kommt auf uns zu, das andere zeigt von uns weg. Und das ist hier bei dieser Keilstrich-Formel durch diese Keilstrichförmigen Bindungen angedeutet. Der Dickeilstrich bedeutet, dass Wasserstoff hier zukommt. Hier Substituent und diese gestrichelte Bindung heißt, dass dieses Atom oder diese Atomgruppe von uns weg zeigt. Ganz rechts finden wir dann noch die Hydroxy-Methylgruppe hier. Statt der Kaffeetasse oder meiner linken Hand spiegeln wir jetzt einmal dieses Molekül. Ganz rechts sehen wir jetzt das Spiegelbild und jetzt könnte man vermuten, dass diese beiden Verbindungen nicht identisch sind. Nun, zunächst, wenn wir die hier übereinander versuchen zu legen, können wir erkennen, dass hier die H-Gruppe auf einer anderen Seite ist und hier das Carbonyl-Sauerstoff hat. Ich möchte Sie aber daran erinnern, dass wir um diese Einfachbindungen frei drehen können. Das heißt, ich drehe einmal zunächst hier C1 und C2. Jetzt stimmt die Orientierung der Carbonyl-Gruppe hier überein. Gut, jetzt führen wir noch eine Drehung hier um C2 und C3 durch. Wir erhalten wiederum ein neues Konformationsisomer und jetzt erkennen Sie, diese beiden Moleküle sind keine Isomere, die sind identisch. Die Carbonyl-Gruppe liegen jetzt genau hintereinander und ganz unten die C2OH-Gruppe, die sind auch deckungsgleich. Das heißt, diese beiden Moleküle sind identisch. 3-Hydroxy-1-Propanal ist also kein chirales Molekül. Überführen wir jetzt einmal das 3-Hydroxy-Propanal in diese Verbindung hier ganz rechts. Hier müssen wir jetzt ein Sauerstoffatom in diese CH-Bindung hier einschieben. Das heißt, ich breche zunächst diese CH-Bindung. Dann bastle ich da ein Sauerstoffatom dran und an das Sauerstoffatom hänge ich dann wieder ein Wasserstoffatom. Erkennen Sie, wie bei der Keilstrich-Formel hier oben. Die OH-Gruppe hier kommt auf uns zu. Das ist ja auch ganz deutlich bei dem Modell zu erkennen. Und das Wasserstoffatom hier an dem mittleren CH-Atom, das dümpelt hier im Hintergrund ein bisschen rum. Nun können wir auch nochmal eine Spiegelung durch und überprüfen, ob das Spiegelbild jetzt identisch ist oder eben nicht. Sie sehen jetzt, dass hier das carbonimischer Sauerstoffatom rechts hin abgebildet wird. Die OH-Gruppe tauscht die Seite, bei der sie bei dieser Strukturformel liegt. Und hier unten sehen wir, dass die beiden OH-Gruppen auch aufeinander abgebildet werden. Gut, jetzt ist wiederum die Frage, sind diese beiden Strukturen identisch oder nicht? Wir würden jetzt wiederum eine Änderung der Konfirmation vollführen. Wir haben das eben schon bei dem 3-Hydroxypropanal gesehen. Gut, jetzt können wir mal versuchen. Die beiden Moleküle sind jetzt weitestgehend deckungsgleich, die Hauptkette angeht. Aber wir können erkennen, dass hier Wasserstoff und OH-Gruppe an diesem D-Atom in der Mitte vertauscht sind. Das ist ganz entscheidend. Heißt, diese beiden Moleküle sind nicht identisch. Sie verhalten sich wie Bild und Spiegelbild. Das linke Molekül lässt sich durch eine Spiegelung in das rechte transformieren. Damit handelt es sich um ein chirales Molekül, ganz ähnlich wie das hier bei den Enden. Der entscheidende Unterschied zwischen den beiden Molekülen ist jetzt dieses mittlere C-Atom. Dieses C-Atom hier in der Mitte ist mit Karbonhy-Gruppe verknüpft, zwei Wasserstoffatomen und einer Hydroxy mit Hy-Gruppe. Das heißt, wir haben drei unterschiedliche Substituenten an einem C-Atom. Schauen wir mal hier links. Da haben wir eine OH-Gruppe, Karbonhy-Gruppe, Wasserstoff und CH2-OH-Gruppe, die mit diesem mittleren C-Atom verbunden sind. Das heißt, wir haben ein Kohlenstoffatom mit vier unterschiedlichen Substituenten, was wir auch als asymmetrisch substituiertes C-Atom bezeichnen. Und das ist eine wichtige Grundvoraussetzung, dass ein Molekül Chiraz ist. Solche C-Atome mit vier unterschiedlichen Substituenten können wir auch als stereogenes Zentrum, als Stereozentrum oder eben, wie schon eben genannt, als asymmetrisch substituiertes C-Atom benennen. Wir sehen hier noch einmal die Strukturformel von Glycerin-Aldehyd. Diese Stereozentren markieren wir üblicherweise durch solche Sterne. Links sehen Sie jetzt einmal eine Keilstrichformel. Wie wir schon auf der Folie gesehen haben, hier führen wir jetzt eine Spiegelung durch, kommen Spiegelbild und wenn wir jetzt die Anordnung dieses Moleküles verändern, dann sehen wir, dass die Hauptkette hier übereinstimmt mit dem Original, aber dass die Orientierung der OH-Gruppe und Wasserstoff eine andere ist. Hier liegt die OH-Gruppe vor der Projektionsebene und rechts dahinter heißt, es sind Isomer. Wir haben hier unten nochmal ein vereinfachtes Modell, bei dem die vier unterschiedlichen Substituenten durch unterschiedlich farbige Kugeln ersetzt worden sind. Eine Spiegelung führt hier ebenfalls zu einem zweiten. Also wenn Bild und Spiegelbild nicht identisch sind, dann haben wir es hier mit einem schiralen Molekül zu tun. Es handelt sich diesen beiden Isomeren um sogenannte Stereoisomere, die sich durch die Anordnung der Atome im Raum voneinander unterscheiden. Stereoisomere, die sich wie Bild und Spiegelbild verhalten, bezeichnen wir als Enantium. Ich möchte nur einmal zusammenfassen, schirale Objekte, schirale Moleküle sind nicht identisch. Sie können ein Enantium in das andere durch eine Spiegelung überführen, wie sie das an diesem vereinfachten Modell mit unterschiedlich farbigen Kugeln für die vier verschiedenen Atomgruppen verdeutlicht. Wenn ich jetzt dieses Molekül einmal drehe, dann stimmt die Orientierung von der weißen Kugel und der gelben überein, aber die rote und die grüne liegen nicht hintereinander. Daran erkennen wir, dass wir diese beiden Modelle nicht ineinander überführen können. Wir können jetzt das Notieren noch einmal ändern. Jetzt könnten wir die rote und die grüne Kugel zur Deckung bringen, aber jetzt sind gelb und weiß vertraut. Also ich kann ein Enantium in das andere überführen durch eine Spiegelung. Eine zweite Möglichkeit ist, dass ich zwei Bindungen breche an dem asymmetrisch substituierten C-Atom und zwei Bindungen neu knüpfe. Das heißt, wir vertauschen zwei Substituenten. Möchten wir einmal hier die Bindung zur grünen Kugel, zur roten, tauschen diese beiden Substituenten. Dann gelangen wir zu dem Enantium. Jetzt sind die beiden Modelle identisch. Bei Schiradenobjekten und Molekülen ist entscheidend, dass wir keine Spiegelebene oder ein Inversionstift haben. Nehmen wir noch einmal ein Modell mit einem Molekül mit drei unterschiedlichen Substituenten. Wir haben hier innerhalb des Moleküles eine Spiegelebene liegen. Dadurch wird diese grüne Kugel hier auf die rechte abgebildet. Diese beiden Kugeln werden in sich selber gespiegelt. Und wenn wir jetzt einmal dieses gesamte Molekül spiegeln, halten wir das hier als Spiegelbild. Und diese beiden Moleküle sind jetzt wiederum identisch. Wir können die hier sehr leicht zur Deckung, die unterschiedlich farbigen, gucken. Eine wichtige Voraussetzung für Schiralität, das ist ein C-Atom mit vier verschiedenen Substituenten. Sie sehen, wenn ich die Atome von dem 3-Hydroxy-1-Propanal einer ganz bestimmten Ortierung anbringe, dann können wir diese Spiegelebene erkennen. Jetzt geht durch die Mitte dieses Moleküles in der Horizontalen eine Spiegelebene bei diesem Kontext. Auch bei der Kaffeetasse haben wir eine Spiegelebene. Die geht hier durch die Mitte der Tasse. Es handelt sich hier im Übrigen um kein Product Placement. Ich drehe das einmal schnell um. Zack. Also Spiegelebene durch die Mitte der Tasse. Die Atome von dem Dihydroxy-Propanal führe ich jetzt einmal in dieselbe Anordnung wie bei dem Glycerin-Atom. Wir erkennen, wir haben keine Spiegelebene. Weil eine Spiegelung hier in der Vertikalen würde die OH-Gruppe und das Wasserstoffatom vertauschen. Da bei diesem Molekül keine Spiegelebene vorliegt, handelt es sich um ein Schirales-Modell. Ich hatte eben erwähnt, dass wir ein Inanzomer in das andere durch eine Spiegelung überführen können. Wir vertauschen hier jetzt noch einmal Wasserstoff und die OH-Gruppe, um eben genau diesen Prozess noch einmal zu verdeutlichen. Also auch durch die Vertauschung von zwei Substituenten am asymmetrischen Zertum gelangen wir von einem Inanzomer zum anderen. Diese wichtigen Eigenschaften der Inanzomer sehen Sie jetzt auch hier noch einmal verdeutlicht anhand der vereinfachten Modelle mit drei beziehungsweise vier unterschiedlichen Substituenten. Meine Damen und Herren, Sie haben jetzt in diesem ersten Teil der Microlektur Schiralität und Naturstoffe kennengelernt, was wir unter Schiralität verstehen. In der Tat ist es so, dass viele Naturstoffe schirale Moleküle sind und dass die Schiralität hier ganz entscheidend ist, die Eigenschaften dieser chemischen Verbindung. In dem nächsten Teil dieses Kurses werden wir jetzt darauf eingehen, wie wir die beiden Inanzomere durch eine Nomenklatur voneinander unterscheiden können.